einen wunderschönen guten damen und jetzt willkommen zu einer neuen folge von paper mario die legende von mir und so ein schlag verfehlt sehr gut guter start ins video ist noch nicht erledigt ok und jetzt kann nichts machen kann nichts machen will mich verarschen dann flüchte ich halt wenn ich nichts machen kann was soll ich sonst machen hier kann ich auch nichts machen kann ich ins wenn ich ins büro rein und general das schlüsselkarte herz ok jetzt kann man den anderen aufzug benutzen finde ich gut da schießt du ruhig kein problem aber raus hier und zum aufzug der hier war es genau trotzdem nicht okay was soll man speichern dann probieren was anders immer noch mal mit dem auf zugrunde ich habe ja jetzt hier das passwort respektive den sicher also sicher als wo ich weiß nicht ob das reicht für dieses passwort dass man da eingeben muss dacht ich kann ausweichen aber ne geht nicht hier kein problem sternen blitz da komm ja 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 jawohl ja noch mal immer noch nicht es hat nicht alle erledigt ok das ist frech naja ist ok ist in ordnung lass uns gehen ohja jetzt schlag gegen alle gegner nein jetzt ist mein inventar wieder voll so ein verwenden da muss ich was ne repasso reingeben probieren wir es mal mit den nummern 0 1 4 0 2 9 wird überprüft korrekt yeah so und nicht anders mag ich das was ist das was willst du hier willst du in unser rechenzentrum brauchst du den liftschlüssel nun du wirst mit mir um den schlüssel kämpfen müssen doch wenn du verlierst ist dein leben in ernster gefahr was willst du also tun wir kämpfen ist doch kein gegner für mich ja für dich gibt es keinen kommen mehr ist das so es ist soweit zeit für das große kruzion quiz oh nein du siehst wenn du auf fünf der folgenden fragen richtig antworten kannst wenn du über drei fehler machst so wird dein schicksal schrecklich sein kommt mir zu frage eins was verbirgt sich in diesem raum eine schlüsselkarte schlüsselkarte bist du dir sicher ja falsch ja das ist falsch du dumm kopf drei fehler und ich erwarte dein schreckliches schicksal ja auf die nächste frage und jetzt frage 2 wer wartet den blütenweiler auf kopios rückkehr kopie 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 bist du dir sicher jawohl ja ja das ist richtig war die frage zu leicht ich denke nicht dass es so einfach bleibt die nächste frage wird dich ins verderben stürzen also frage 3 wie viele beine ergibt das insgesamt und das ist ein hot hat also im gumba hat 2 die Käfer hat 4 das sind wir schon mal 6 und ein hot hat also Buhu hat keine ich denke 8 sind es 6 du hinloser klempner das ist falsch eine falsche an und du bist erledigt nur ein einziger fehler ja ich weiß nicht was ein hot hat ist so frage 4 wo befand sich das diamantene Sternjubil alter ja Logard und ab Falkenheim ist es nicht klimatempel scheiße ja das ist falsch du hast 3 Fragen falsch beantwortet und jetzt ja du sollst auch eine letzte Chance bekommen oi wenn du diese Monster besiegen kannst ja dann darfst du passieren aber ich vermute du hast keine Chance auf einen Sieg gib trotzdem alles ja gut das wiederum ist einfach das wiederum ist dann eher einfach ja nein ich kann nichts ja ok nochmal ein Sternblitz geht nicht anders geht nicht anders ich kann es ja nicht angreifen vom Boden aus aha jawoll ja 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 Okay. Da war eine Feuerblume. Wollen die mich verarschen oder so? Dann muss ich hier mit Items arbeiten, hm? Ja. Oder könnt ihr runterkommen? Ach, nö. Äh. Zwei Punkte Schaden gegen alle Gegner. So. Sehr gut. Jetzt muss ich nochmal ein Item nehmen. Ähm, ja, dann nehmen wir halt ein Donutshorn. Geht näher an das. Aber das nützt mit dem Blitz. Ja. Immer noch nicht. Sag mal. Ja. Jetzt kommt wieder das. Ach, Mann, ey. Also. Nur noch zweimal einen Donutshorn. Ja, ich muss das jetzt zweimal machen, ne? Geht nicht anders. Und hier nochmal ein Donutshorn. Ja. Da ist zwar richtig dumm, aber geht halt nicht anders, ne? Was, dass meine kleinen Lieblinge besiegt? Ja. Gut, du hast gesiegt und das ist dein Preis. Und hier ist das. Ah. Okay. Liftschlüssel rot. Okay. Ja, dann. Gehen wir wieder. Im anderen Lift. Äh, UG2. So, nochmal speichern. Hm. Kommt hier noch? Ich denke mal schon, dass hier nochmal ein Gegner kommt, oder? Ne. Okay. Hier, nehmen wir eine Schlüsselkarte. Äh, UG3. Sehr gut. Äh. Es ist nix. Das ist gut. Gut. Äh. Hä? Ja. Wo führst du mich hin? Da mal. Okay. Wieder zurück. Good. Okay. Noch eine Schlüsselkarte. Geek. Gut. Was ist das? Angriff sagt. 5. Anweder KP steigen um 5. KP Schlürfer. Ist das ein Item? Ja. Gut. Ähm. Geh mal. Ach, scheiße. Ich bin zu spät zugeschlagen. Doof. Ich will aber nicht gegen die Dinger kämpfen, ehrlich gesagt. Hm. Weil. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Lass mal flüchten. Na ja, Gott. So können wir ihn jetzt wegmachen. Gut. Oh. Äh. Okay. Zwei von vier Schlüsselkarten habe ich. Gut. Frage ist jetzt da, wo sind die anderen zwei? Hm. Na, gehen wir nochmal einen Stock weg nach unten. Äh. UG4. Sehr gut. Ist das hier die Zelle der Prinzessin? Das war die Zelle der Prinzessin. Sie ist nicht mehr hier. Ah doch, sie nimmt einen Bart. Ne, das ist... Aha! Okay. Hä. Blödes Arschloch. Hä. Was willst du denn? Was machst du im Zimmer der Prinzessin, mein Freund? Aber am Bauer hauer her. Ja. Du, eine normale Bombe. Und erledigt. Ha. Das kam jetzt unerwartet, dass der da rausspringt. Aber okay. Ist okay. Eine Schlüsselkarte. Okay. Nice. Aber wo haben die denn die Prinzessin hingebracht? Ne, das ist nicht ihr Zimmer. Ein schöneres Zimmer. Hier können wir nicht rein. Tür ist geschlossen. Ja, aber wo soll ich denn sonst hin? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe noch keine Schlüsselkarte gefunden, oder? Glaube ich zumindest. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Speichern. Okay. Da. Geht's noch? Da. Genau. Dann mach du mal einen Hammer auf ihn da. ist er erledigt. So. Okay. Schön geblockt. So, mit dem Hammerschlag ist es dann erledigt. Gut. Neun Sternpunkte. Wunderbar. Ja, guck mal. So war noch ein Item, ne? Sternschnuppenhangel. Sehr gut. Aber ja, jetzt auch Platz für. Ja, aber... Muss ich denn hier hin? Hm. Keine Ahnung. Ah. Aha. Scheiße, ey. Okay. Das geht so nicht, okay. Shit. Und so. Ja. Scheiße. Scheiße. Nee, das hab ich ja vorhin schon probiert, dich Idiot, oder? Ja. Auch nicht. Okay. Da muss ich die ganze Linie hochlaufen, okay. Okay. Schade. Aber jetzt sind wir schon mal ordentlich weit gekommen. Und jetzt alle Gegner in tiefen Schlaf. Okay. Scheiße. Das ist wahrscheinlich die letzte... Achso, das ist die letzte Schlüsselkarte. Oh, eins zu früh hoch. Ach, scheiße, ey. Äh. Auch nicht. Okay. Okay. Hm. Wir kommen der Sache aber näher. Das ist gut. Okay. Auch nicht. Okay. Das ist ein bisschen mühsam, ne? Auch nicht. Dann geht's nach unten, ne? Wow. Okay. Wir haben's. Halleluja. So, Schlüsselkarte Karo. Halleluja. Jetzt muss ich aber... Immer so ein Ultra-Pilz. Ich hab jetzt viele HP verloren, ne? Aber mal füllen das Zeug. Sonst kommt dann sicher für 20 Münzen so ein... Block, bei dem ich dann alles auffüllen kann. Das wär's. Das wär's, ne? Wir müssen den Fahrstuhl ganz hinten nehmen. Ja. UG4. UG4. rechts? Nee. Oder doch? Nee. Nee, war es in UG3? Hä? Warte mal. War das hier? Ich glaube, er ja. Ja. Okay. Caro. Und Kreuz. Das ist vielleicht hinter dieser Tür eingesperrt. Das finden wir raus. Aber erst morgen. Ich sage nämlich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. 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 Vielen Dank.